Während sich in Deutschland eine positive Tendenz abzeichnet, verschlechtert sich die Corona-Lage in Portugal von Tag zu Tag. Die Kliniken des Landes arbeiten an der Belastungsgrenze. In den staatlichen Krankenhäusern gibt es den Behörden zufolge nur noch wenige freie Intensivbetten. Portugal hat etwa 10,3 Mio. Einwohner. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz, liegt aktuell bei rund 877. Zurzeit verbreitet sich dort die Virusvariante B.1.1.7, die als besonders ansteckend gilt und zunächst in Großbritannien festgestellt wurde. Das öffentliche Leben in Portugal ist weitgehend heruntergefahren. Zu Hause bleiben ist Pflicht. Die Menschen dürfen nur noch für das Nötigste vor die Tür. Lange waren die Corona-Regeln in Portugal eher locker. Da erscheint es vielen logisch, dass die Situation jetzt so schlimm ist. Die Regierung musste die Reißleine ziehen. Kitas, Schulen, Geschäfte und Cafés sind geschlossen. Ich finde, es könnte noch strenger sein. Man sieht immer noch zu viele Leute auf der Straße. Viele Portugiesen haben immer noch nicht verstanden, dass wir von einem guten Corona-Land zu einem der Schlimmsten geworden sind. Vor öffentlichen Kliniken wie dieser in Lissabon stauen sich schon seit Tagen immer wieder die Krankenwagen. Triagezelte sind aufgebaut, um über Zustand und Behandlung der Patienten entscheiden zu können. Denn die Intensivstationen sind an der Kapazitätsgrenze. Vergangene Nacht wurden zur Entlastung Patienten nach Madeira ausgeflogen. Im Gespräch ist auch, dass die Bundeswehr Kranke nach Deutschland verlegt. Ärzte halten das aber für Unsinn. Schließlich gäbe es in portugiesischen Privatkliniken noch reichlich freie Betten. Die Gesetzgebung erlaubt es doch, im Falle eines nationalen Notstands durchzugreifen. Deswegen wäre es jetzt wichtig, dass die Regierung den politischen Mut aufbringt, die privaten Krankenhäuser in die Pflicht zu nehmen. Die hochinfektiöse britische Variante des Virus soll im Großraum Lissabon schon für die Hälfte aller Fälle verantwortlich sein. Ärzte befürchten, dass im Februar nicht mehr alle Patienten behandelt werden können. Aber jetzt ist das wichtig, denn diese P 2030 die Untertitelung des ZDF, 2020